Musik 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 Wir haben noch mehr. Wir haben schon eine Sorge. Das ist ein Wehegab. Das ist ein Gärtchen, du musst ein Tänkchen kaufen. Gute Freude über den Kühlbauer oder was sie gern haben und gern möchten, einen Tänkchen zu schenken. Gute Fahrt. Voll geschafft. Gas. Selbstmacht. Geräusche, ich lege noch. Ja, bei hier in Fallotka. Nein. Gut. 8, 7 Uhr oder Stimm. Dann können Sie sich mal mal reichen lassen. Mal sehen an. Gute Fahrt, die sind mal gut nach oben. Nein, ich wollte mich mal gut nach oben ab. Ich wollte die dort aufmachen. Ich wollte alles mal raus. Gute Fahrt. Gute Fahrt, die sind die aufmachen. Untertitelung des ZDF, 2021 Musik Vielen Dank. Hier kann man die liegen, oder? Aber die sind trotzdem laut hier, oder? Es geht auch so laut. Die Leute sind total überfordert, weil sie sich anschreiben müssen. Ich reinige ja hier auch alle. Ich würde nie gerne spielen. Frau Patrick, würden Sie bitte mal aufs Bild gehen? Ich würde die Schwalben aufnehmen. Aufs Bild gehen. Geh da weg, Mann! Du machst nur das Bild, das klingt ja gut. Wir haben neulich 1, 2, 3 auf dem Lichterschlauch gegessen. Das ist doch komisch. Ich dachte, es war eine Spatze. Die Regenzahl habe ich gesehen. Ja, Spatzen. Tolle Kacken. Zeig. Dann kamen die Alte an. Dann kamen die Alte an. Das war der Schreifweg. Die Nesten bei uns mal unter dem Karport. Dann haben die wohl Flugstunde gekommen bis zu meinem Balkon auf dem Lichterschlauch. Dann haben sie gewartet, dass Mama was zu essen bringt. Das ist voll geil. Die sind kurz vorm Abfließen da oben. Die sind kurz vorm Abfließen da oben. Ja, kommt die Alte gleich. Wenn sie so zappeln... Ja, die war ja schon zweimal da. Ja, die sind auch frei. Fünf. 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 Ganz schön eng zurück. Ja, nimm. Hier. Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Haben sie keine Lust mehr. Sie bekommen sie. Alles vorbereitet. Als wenn sie mal ausschlafen will. Ja, meist hatten wir auch. Ich weiß nicht, wie viele Babys die hatten. Ich hab auch nicht gesehen, wie die weggeflogen sind. Die waren im Mistkasten. Geht ganz schnell. Die haben auch keine Flugführung gemacht oder so. Von einem Tag auf den nächsten Partyweg, ne? Das machen die da oben. Ich beobachte sie die ganze Zeit. Ja, deswegen. Die waren zwei Tage lang vor mir auf dem Balkon. Jetzt kommen sie auch nicht mehr. Jetzt kommen sie schon. Jetzt kommt ihr richtig Musik dazu. Krass. Ne? Fast richtig schön. Hier die Spaltkutter kommen. Das ist kein Stuhl. Ja, die kommen nach dem Jubilohrweg. Dann halten sie wohl. Ist das so gut? Ja. Ja. Der hat sich ja auch keinen Geschweiz. Hier ist ein paar Däger. Die Zigenne ist weil sie nicht mehr lebt. Hier ist es nicht. Die Zigenne ist weil sie nicht mehr lebt. Die Zigenne ist weil sie nicht mehr lebt. Und die Sperre... Die Schweiz, würde ich nicht so weit lieben, würde ich gar nicht so weit lieben, die letztlich machen. Einmal beginnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann, ich hab immer die rote Mütze drauf. Jetzt sind Prost. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke. 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 Danke.